Was hältst du vom Rauchverbot in Clubs und Restaurants? Also als Nichtraucher finde ich das Rauchverbot sehr gut. Restaurants auf jeden Fall und da würde ich, eigentlich finde ich es nur gut in so richtigen Spelunken, wo es nur Bier gibt, da ist eine Ordnung, aber sonst dagegen ja. Ja, wie stehst du zum Rauchen, was hältst du davon? Das soll jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, ich kenne beide Seiten, ich habe früher geraucht, jetzt rauche ich nicht mehr. Das soll jeder selber entscheiden, sind doch alle erwachsen. Wer rauchen will, soll rauchen und wer nicht rauchen will, der raucht halt nicht. Ich bin Nichtraucher und deshalb, ja, ich finde es besser, wenn man nicht raucht, weil es einfach zu schädlich ist für die Gesundheit. Das Rauchverbot drinne, finde ich eigentlich schon eine gute Sache.